Yvonne Sorgen um eine Rückkehr der totgeglaubten Zoe nach Berlin werden weiter genährt. Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Lara Dandelion Seibert wieder zum Cast der Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« zählt. Zwei Monate lang drehte sie unter strengster Geheimhaltung mit den anderen Darstellern und Darstellerinnen, um das Geheimnis um Sohs Rückkehr nicht frühzeitig auffliegen zu lassen. Da »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« mit einem Vorlauf von etwa acht Wochen gedreht wird, ist die Schauspielerin erst seit wenigen Tagen wieder in der Serie zu sehen. Allerdings hat sich Zoe merklich verändert, und das nicht nur optisch. GZSZ Wer ist Linda Schneider? An einer Tankstelle in Brandenburg begegnete Yvonne Gieser-Zach, zufällig einer jungen Frau, die Zoe zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Frau wirkt völlig verschüchtert und beharrt vor der Polizei darauf, Linda Schneider zu heißen. GZSZ Yvonne fürchtet Sohs Rückkehr Doch das will Yvonne nicht so ganz glauben. Zoe hat wochenlang am Empfang gearbeitet. Sie war bei mir zu Hause. Sie hat mit mir Kaffee getrunken. Sie hat sich an John Range spielt. Und niemand hat irgendetwas gemerkt, weil diese Frau ein Profi ist, weil sie für solche Situationen ausgebildet ist. Es ist Zoe, ich weiß eh, versucht sie Moritz, Lennart Borchardt, von ihrer Sicht der Dinge zu überzeugen. Als die Polizei Laura, Chrisanti Kawasi, noch einmal bestätigt, dass Zoe schwer verletzt in einem Krankenhaus starb, nachdem sie von einer Kugel getroffen worden war, versucht Yvonne auf eigene Faust an Informationen über ihren Verbleib zu kommen. Sie bewirbt sich in der Klinik, in die Zoe nach ihrem missglückten Entführungsversuch eingeliefert wurde, und verschafft sich mit Hilfe eines Hackers Zugang zu den digitalen Patientenakten. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Angeblich ist Zoe tot. Doch bleibt es dabei? GZSZ Zoe lebt im Wohnwagen. Zuletzt sahen wir in der Serie, wie Zoe sich in einem Wohnwagen aus Lindas Haut pellte. Offensichtlich trug sie zuletzt farbverändernde Kontaktlinsen. Yvonne diffuse Angst wird weiter genährt, als John mit besorgniserregenden Nachrichten über Zoe zu ihr kommt. Wie er herausgefunden hat, kündigte Linda Schneider einen Tag nach der Begegnung mit Yvonne an der Tankstelle. Laut dem Besitzer ist hier Handy seither ausgeschaltet. Sie hat vor ein paar Wochen dort angefangen zu arbeiten. Sie hat nicht viel erzählt und war sehr zurückhaltend, so John weiter. Während John noch an einen Zufall glaubt, sehen wir Zoe mit geladener Waffe in ihrem Wohnwagen. Sie hat nicht viel erzählt.